ich bin hier bei meiner mutter ich wollte euch noch sagen in Form von Kaderos oh da gibt es fast nicht auf Ich habe noch eins. Ich muss immer so ein bisschen schütteln. Das ist jetzt. Ich habe noch eins. Ja. Ich habe noch eins. Okay. Wo geht es mit dem Deity Club? Ne, ich ziehe da rein wie der Schneid. Ich schaue hier gerade auf mein Fernseher. Youtube! Demo Gali! Ich wollte es genau gleich machen. Einfach mit meinem Namen und der Song ist wirklich nice. Und ja, ich muss noch mal kommen. Und hier wird auch noch so. Ich habe eine Idee. Wir machen es noch mal. Jetzt kommen die Füße. Ich guck mal. 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 Ihr nicht. Aber hier sind wirklich geile Abos. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Wenn ihr wollt. Am Samstag kommt ein cooles Video. So. Daily Vlog Nummer 3. Und ja. Mit der Magari. Isak. Und ja. Ich guck mal. 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 Ich guck mal.